Nein, 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 machen wir mal. Mach nochmal ein bisschen. Mach nochmal. Jetzt könnt ihr das iPad wieder in die Hand nehmen. Ihr müsst entscheiden, ist die Geschichte wahr oder ist die Geschichte nicht wahr. Safe nicht wahr. Teddy wird die vorlesen. Zum 30-jährigen Jubiläum müssen wir mal die Wahrheit über unseren Helden von Berlin erzählen. Nobby hat sich 1989 fit spritzen lassen und hat aber dann dochterlang noch zwei Tore erzielt. Wie jeder weiß, nur vertragen die Spritzen natürlich nicht so gut mit Alkohol. Und an dem Abend haben wir es natürlich ordentlich krachen lassen, speziell Nobby. Und er ist dann schon bald auf unserem Bankett eingeschlafen. Klar hast du das. Was? Natürlich bist du eingeschlafen. Der ist sauer jetzt. Aber er ist richtig. Ja, der Teddy hat so viel geblinzelt. Ja, unser FBI-Profiler rechts hat. Der Teddy hat so oft nach links geschaut. Aber ich glaube auch nicht, dass das Nobby passiert ist. Also das würde mich echt traurig machen, wenn diese Geschichte stimmt. Wir sind Pokalsieger geworden. Du nicht. Nein, du hast durchgefeiert. Genau, und das habe ich genau so gemacht. Ich sage auch, dass es nicht stimmt. Das stimmt nicht. Das sind meine Freunde hier im Auto. Meinst du, ich schlafe ein? Ich glaube, du bist eingeschlafen, Nobby. Und die Antwort ist natürlich falsch. Hey, ehrlich. Wir sind Pokalsieger geworden. Meinst du, ich schlafe ein? So, jetzt wird es lustig. Pass auf. Ihr bekommt nämlich hier dieses Teil. Und ihr bekommt Stifte. Und ihr bekommt einen Umschlag. Einer muss zeichnen und der andere muss erraten. Ja, das ist wirklich schwer. Boah. Ja. Freistoß. Elfmeter. Auf Deutsch, damit ich dich verstehe. Ist das ein Haus, ein Stadion? Ja, ja. Südtribüne. Ja. Gelbe Wand. Ja. Warum sagst du immer Ja, wenn das nicht? Du bist immer weiter weg. Darf ich sagen, eine andere Mannschaft? Nein, ne? Nein. Tor? Ja, jetzt könnte es. Fußballtor. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, jetzt bin ich gleich auf dem Elfmeter-Tor, Freistoß-Tor. Verteidiger. Verteidiger. Und? Eckball-Tor. Eckball-Tor. Freistoß-Tor, Schus-Tor, Traum-Tor. Das sind so viele gute Ideen. Fußball-Tor. Nicht schlecht, aber falsch. Ah! Hä? Ja. Vier, drei, zwei, eins. Vor der Süd, zwei, eins. Vor der Süd, eins. Vor der Süd, eins. Vor der Süd. Eigentor. Ach so. Ist auf jeden Fall ein schönes Bild geworden. Eigentor. Ja! Soll das denn, wie soll ich ein Eigentor machen? Eigentor. Eigentor. Das hat er gesagt. Eigentor. Einer von euch bekommt einen Kopfhörer auf, da ist ganz tolle Musik drauf und er hört definitiv nichts. Warte, Marco, Marco, kannst du ganz mal sagen, er soll abnehmen. Der andere bekommt wieder einen Umschlag, dort sind 0,9 Begriffe drauf. Und der, der den Kopfhörer auf hat, muss die Lippen lesen und sagen, was es ist. Eierkopf. Kopf. Eierkopf. Dein Kopf. Eier. Eier. Ein Kopf. Eierkopf. Aber das war nur ein Test. Meisterschale. 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 Ja. Meisterschale. Bank. Bank, etwas. Meisterschaft. Meisterschale. Eierkopf. Eierkopf. Meisterschale. Wasser. Meisterschale. Meisterschale, Alter. Meisterschale. Hä? Meisterschale. Schale. Kopfball. Nein, Meister. Meisterschale. Erstes Wort. Nein, Meisterschale. Nein. Videobeweis. 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 Fußballtor? Nein. Videobeweis. Nein? Nein. Busfahrer. Busfahrer. Aber warum sehen die so aus? Ist es richtig? Ja! Wir sind so interessiert. Busfahrer. Ja, Busfahrer. Nein? Warte, nochmal. Busfahrer. Busfahrer? Ja! Busfahrer. Busfahrer? Busfahrer. Puff. Was ist das erste Wort gewesen? Nichts. Nein, nein, nein. Mach nochmal. Ich kann nicht. Mach nochmal. Busfahrer. Busfahrer. Aha. Boah, Puff, ey. Busfahrer. Elfmeter. Elfmeter. Ein Wechselspieler? Elfmeter. Elfmeter. Ja! Elfmeter. 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 Physio. Physio? Raum? Nein! Nein! Physio. 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 Fitness? Physio. 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 Physio? Physio. Physio. Ja, also, es gibt ein Finale beim Quiztaxi 2019, zwei herausragende Teams haben sich für das Finale qualifiziert. Der Dubelsieger Schmelle und Piscio ist hier im Abwagen, aber auch Mario und Mats haben ausgezeichnet gespielt. Beide haben 24 Punkte gehabt und jetzt geht es darum, wer wird der Champion. Die Spielregeln sind relativ einfach. Beide bekommen den gleichen Begriff. So, es geht los. Ein ganz einfacher Begriff. Strafraum, Elfmeter, Fernschuss. Schwarz-Gelb. Gelbe Wand. Jaaaa! Guck mal hier, was? Was ist das denn? Ja, Tor, Tribune und ich. Das Problem ist natürlich, wenn wir was raten, dass die das... Ja, Glückwunsch! Es gibt etwas ganz Besonderes in diesem Jahr. Schweizer Käse für euch! Glückwunsch! Jawoll! Oh Mann, ey! Was sagst du, bist du? Hauptsache, gewonnen. Ja, dreifacher Sieger, du musst jetzt irgendwie... Jürgen Mars Hummel, sein Sieg schmeckt immer gut. Ich mache, wie immer wiederholt. Ich mache dieぁ. Wer E pulام Untertitelung des ZDF, 2020